Hier hat Bayern heute eigentlich die Spieljungs. 1 zu 0. Danke. Hier ist mein Kind. Lolita. 1 zu 0. Ja, da fällt auch dem Reporter nichts mehr ein. Schade. Ich glaube, sie haben nicht so viel getrunken, wie sie witzig sind. War das dein wichtigstes Kind bisher? Mein wichtigstes? Das Witzigste? Das Witzigste, ja. Ich dachte, wegen der war das das wichtigste Torfrage. Ach so. Haha. Oh, super. Oh, jetzt kam mir gerade eine Nachricht an. Aber das Problem ist, ich habe dieses Easy nicht eingestellt. Der hat eine für eure Schnarche.